Können Sie mir die Büroartikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel im Angebot haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Ausverkaufsartikel haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Ausverkaufsartikel nennen? Können Sie mir die Gartenartikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Auslaufartikel haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Auslaufartikel... Können Sie mir die D-I-Y-Artikel zeigen? Können Sie mir die D-I-Y-Artikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel ausverkauft haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel... Können Sie mir die D-I-Y-Artikel zeigen? Können Sie mir die D-I-Y-Artikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel vorbestellt haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel... Können Sie mir die D-I-Y-Artikel zeigen, können Sie mir sagen, ob Sie Artikel im Angebot haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel... Können Sie mir die Hobbyartikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel im Angebot haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel... Können Sie mir die Reiseutensilien zeigen? Können Sie mir die Reiseutensilien zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie ausverkaufte Artikel haben? Können Sie mir sagen, ob Sie ausver... Können Sie mir die Wellnessartikel zeigen? Können Sie mir die Wellnessartikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie exklusive Artikel haben? Können Sie mir sagen, ob Sie exklusive... Können Sie mir die Babysachen zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel privat verkaufen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel... Können Sie mir die Musikstücke zeigen? Können Sie mir die Musikstücke zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel im Angebot haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Artikel... Können Sie mir die Buchartikel zeigen? Können Sie mir die Buchartikel zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Flash Sale Artikel haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Flash Sale Artikel haben? Können Sie mir die Spielgegenstände zeigen? Können Sie mir die Spielgegenstände zeigen? Können Sie mir sagen, ob Sie Sonderangebote haben? Können Sie mir sagen, ob Sie Sonderangebote haben? Zahlungsmöglichkeiten? Zahlungsmöglichkeiten? Haben Sie einen Katalog? Haben Sie einen Katalog? Können Sie mir sagen, wo die Verkaufsartikel sind? Können Sie mir etwas über Ihre Rückgabe- und Umtauschrichtlinien sagen? Können Sie mir etwas über Ihre Rückgabe- und Umtauschrichtlinien sagen? Haben Sie ein Treueprogramm? Haben Sie ein Treueprogramm? Können Sie mir Informationen zu den Garantien Ihrer Produkte geben? Können Sie mir Informationen? Haben Sie Produkte in limitierter Auflage? Können Sie mir Informationen zu Liefermöglichkeiten geben? Können Sie mir Informationen zu Liefermöglichkeiten geben? Haben Sie Artikel vorbestellt? Haben Sie Artikel vorbestellt? Können Sie mir sagen, wo die Herren, Damen, Kinderartikel sind? Können Sie mir sagen, wo die Herren, Damen, Kinderartikel sind? Können Sie mir Informationen zu den Recyclingmöglichkeiten Ihrer Produkte geben? Können Sie mir Informationen zu den Recyclingmöglichkeiten Ihrer Produkte geben? Haben Sie Artikel zum Ratenkauf? Haben Sie Artikel zum Ratenkauf? Können Sie mir Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten geben? Können Sie mir Informationen zu erweiterten Garantieoptionen geben? Können Sie mir Informationen zu erweiterten Garantieoptionen geben? Können Sie mir Informationen zu erweiterten Garantieoptionen geben? Haben Sie Reparaturartikel? Haben Sie Reparaturartikel? Wo ist der Ausgang? Wo stehen die Kisten? Nehmen Sie Kreditkarten? Nehmen Sie Kreditkarten? Können wir bar bezahlen? Können wir bar bezahlen? Nehmen Sie Kreditkarten? Nehmen Sie Kreditkarten? Nehmen Sie Kreditkarten? Nehmen Sie Kreditkarten?